Musik Hier ist wieder der Hurricane von Friday Minecraft und ich habe gerade eben diese Welt generiert. Ich möchte mit euch eine Art Let's Play, genau, Let's Play, nein es soll ein Let's Build werden, also ein Let's Build beginnen. Ihr reicht mir nach dieser Folge in den Kommentaren eure Vorschläge für eure Häuser an. Ein einfach Kommentar und in dieses Video schreiben. Und dann wollen wir mal sehen, was meine Fantasie zu euren Vorschlägen macht und ich baue euch dann sozusagen ein Haus. Was ihr dann auch bekommen könnt und ich euch das, wenn ich das wollen, zuschicken kann. Ich habe, äh genau, ich habe Optifine installiert, seit dem letzten Mal schon. Und auch mir seht meine Items für den Single-Mod. Und ja, dann wollen wir nochmal beginnen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt diese Höhle hier gewünscht bin. Welche Wahrscheinlichkeit ist. So. Machen wir mal gucken, was denn hier um uns rum so ist. Oh, Jungle! Da können wir das machen. Okay, hier sind die Zillepäume, Wasser, zum Seen, will ich sagen. Berg. Naja. Das lässt sich doch mal anfangen. Hm, ich überlege gerade, was wir denn bauen können als erstes. Es ist ja nun so, dass ich keine Vorschläge von euch habe. Und deswegen baue ich jetzt erstmal ein Haus, was dann über mehrere Parts geht, was ich mir überlegt habe. Und dann könnt ihr aber mit euren Kommentaren unter diesem Video, ähm, ja, was gebaut bekommen. So. Machen wir einfach das sehen halt. Ein Vorschlag mit 4, 5,5 Mal einschreibt ihr und dann baue ich das. Hm, jetzt muss ich mal gucken. Guck mal, das wird's wohl sein. Ja, das? Genau. Hm, es bleibt. Warum bleibt es? Ist nicht okay. Hm. Es ist echt nicht schön, aber naja. Was haben wir? Oh. So. Oh, der Baum ist ganz schön hoch. Muss ich ja sagen. Er hat noch nie jetzt Dschungelbeamon gespielt, äh, deshalb war es jetzt auch mit Dschungelbeamon ausgelegt. Aber jedoch habe ich da noch nicht, äh, mitgesagt. Gut. Und. Und. Ich bin ganz schön erstaunt, dass die Bäume doch so hoch gehen. Das ist echt wahnsinnig. Weil ich verbreite den Baum jetzt, dass man sozusagen in den Baum dann hoch gehen kann. Äh, das wird ein Haus. Baum. Aber es wird kein Baum aus. Ja. 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 Vielleicht ist hier was ich meine. Das geht echt schnell, wenn man da so hoch fliegt. Und das ist dann noch ein bisschen Lenk dabei. Jetzt gehen wir ganz schnell ganz weit weg. Oh. Oh. Vielleicht schlicht. So. Diesen Tipp habe ich von, ja, ich habe ja natürlich einen Tipp bekommen, was ich bauen könnte. Diesen Tipp habe ich von Ace bekommen. Oder auch Maranesh. Ihr werdet ihn vielleicht kennen. Der hat seinen eigenen Kanal. Worauf auch ein Let's Base macht. Er ist bei uns immer nur tätig. Seit die Schaufel nicht mehr dabei ist. Oder wenig dabei ist. Er halt. Ist er somit die treibende Kraft. Und immer dabei, wenn was ansteht. Er macht ja auch mit den User Freitag. Daraus kennt ihr ihn vielleicht auch schon. Und dann wieder zudü. Um das dritt ist. Das macht ja wohl. Es geht um. Und dann dich in ihrem Punkt. So. Wenn wir so lassen, dann dànhst. Du hast rehell. Goniht. Du hast könnt ihr es bei dir, ich sehe. so wollen wir sehen wir haben die ganze nicht Das ist doch, ähm, ganz in Ordnung. So, hängt jetzt weg, genau. Ah, ich weiß nicht, warum ich das gleiche erinnern werde. Zack, zack, zack. So. So, so. Mal gucken, da muss ich noch ein bisschen beleuchten. So, nochmal. Zack, zack. So. Wupp auf den Boden. Oh, da hat doch noch das einfühlt. So. 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 So und weg. Na egal, hm. Jetzt würde der Baum dann halt da ausmachen. Hm? Hm, okay. Ich glaube, ich heiße mal den Baum fertig. Dann wissen wir, wie wir ungefähr so wo was bauen können. Ja, das ist doch das Beste. Ach, das ist der immer Doppel. Das ist ja nicht, okay. La la la, boi, 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 boi. So, weg. Weg. Hm, auch weg. Au. Ja. Sagen Sie noch einen Baum? Ha! Ja, ich hab mich auf die Bäume gebracht und auf den Baum. Witzig. Flachwitz. Achtung hochspiel, Flachwitz. Ah! Warum tuchen die mir das an? Kann ich am Blättern gehen, aber wahrscheinlich kann ich am Blättern meine Leitern sitzen. So, mal weiter. Okay. So, das wird dann hier wieder so nochmal Plattformausgaben. So, machen wir erstmal diese Zwischenplattform. Oh, ne, oh man, nein. Gut, ich habe es geschafft. Und dann werden wir den natürlich wieder runtergefahren. Das ist doch schwingend. Ja. Nein. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020